Hat nicht gespeichert, oder? Schau mal. Schau mal, bitte. Ich will meine Formation machen, Mann. Wie kaputt ist dieses Game? Wie will man ruhig bleiben? Es ist eine wichtige Phase. Ich will doch meine Formation jetzt ändern. Einmal. Wie kann man die Formation? Es ist ein Fall. Ich will nicht. Ey, Mann. Ich habe richtig Bock zu verraten. Warum ölt der so rein, Mann? Der meint es richtig ernst. Der macht nur so Safe-Passe die ganze Zeit. Boah, ich muss meinen Controller... Ich muss jetzt nicht schon den Kontroller umschicken. Ich leg jetzt einen alten Kontroll... Ey. Mann! Ich hab extra einen alten Kontroller geholt und den geworfen, damit ich meinen nicht kaputt mache, ne? Ey. Wie kann man so scheiß Glück haben, Mann? Es muss 1-1 stehen. Es muss 1-1 stehen. Und dann kommt er so durch mit seinen behinderten Scheiß-Dreieck-Pässen und macht zweimal das gleiche Tor. Ja, jetzt klingelt. Das tut so weh. Wow, ey! Aber ich muss Pause machen. Was passiert da oben mit Delikt schon wieder? Wegen Simon und so. Das neue Team kann ich euch auch gleich zeigen. Oh, was denn hier nochmal los? Was denn hier nochmal? Oh, nochmal Team of the Season zum Abschluss im letzten Pack in Holland. Nein, nicht von Nike. Nicht von Nike. Nicht von Nike. Oh mein Gott, klippt das bitte hier, Mann. Das kann man sich nicht geben. Leider, wirklich nicht. Ach, come on, ey. Hey, come on. Ihr seid so Dreck. Ihr seid so Dreck. Junge, ich weiß noch einmal. Ich schwöre. Ey! Es ist vorbei, Alter. Es ist vorbei. Ey! 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 Der überläuft mich, Digga. Ich sag ja, EA Sports. Noch nie FIFA-Regeln durchgelesen. Ey! Ey, ich lauf zum Torwart. Er nimmt einfach in die Hand, Digga. Das ist heftig. Dieses Game ist so kaputt. Ach, scheiße. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Okay, noch wollte ich. War absolut geplant. Kannst du einen Clip machen davon? Könntest du das? Oder hast du das noch nie gemacht? War alles geplant, Digga? Krasses Tor. Was zum Teufel? Du Scheiße. Komm. Tots. Komm. Argentinien. Stürmer! Der wird's! Oh mein Gott! Ich will drinnen gehen. Nee. Glück. Harte. Komm, 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 das ist, das ist, macht keinen Sinn. Ja, aber bei ihm geht halt jeder Pass durch. Ja, ich kann halt wirklich nicht wechseln. Ich kann halt wirklich nicht wechseln, EA. Alter, was könnt ihr eigentlich, Mann? Ihr verdient Milliarden Euro nur mit Ultimate Team und ich kann in einem Spiel nicht mal wechseln. Nicht ein fucking Wechsel kann ich machen. Und den Gegner steckt dir auch noch alles in den Arsch. Was für ein Peck bei diesem Eigentor. Aber das ist das Risiko, wenn du dazwischen gehen willst, dann fälschst du auch mal einen Ball unglücklich ab. Was war das für ein Walker? Ey, wenn das ein Gegentor wird, ne? Das ist so gescriptet, Digga. Ey, das ist so gescriptet. Das, 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 das Fieber Deutschland will kommen, Digga. Ich bin's wieder. Moin, was geht's? Milliardenfirma EA. Schaut euch das an. Was ist das? Digga, das ist so läppig, ne? Guck dir dieses Spiel an. Ich kann mich mit... Yay, weh, ey, so geil. Digga, das ist so läppig. Ach, komm. Jungs, viel Spaß beim Zugucken. Haut rein. Ich lief den, Digga. Der kann lieben. Bitte, der lief. Dann hab ich das Game noch. Ich warte jetzt hier. Weil EA in einer Milliardenfirma ist und sie ist... Die ist einfach gut, Digga. Schaut euch das an. Nice. Ich könnte jetzt Pizza machen gehen und ich sag dir, es wird weiter so gehen. Mittlerweile steht da auch auf dem Spielfeld. Der bewegt sich immer weiter nach vorne. Digga, das ist... What the fuck ist da? Kein Kommentar mehr. Ja, Luna, weil du da bist, gewinnen wir jetzt. Und natürlich, weil... Also wegen den anderen auch natürlich. Also es ist 22 Minute. Ich will mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Ey, was war das denn jetzt? Ikone. Ich hab Ikone gezogen. Ich schwör auf alles Ikone. Deutschland. Bitte ZM. ZM. Ikone. Ich schnur Ikone. Wo war? Prime Mike Moments Ballack. Oh Gott, der wurde von allen eingeholt, Mann. Meiner, komm. Ah, knapp. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Führst du? Das Tor, was ich geschossen habe. Auch noch 90. Äh, nö. Äh, 94. 93. War zwei Minuten Nachspielzeit. Hast du gewonnen jetzt? Äh, nö. Ja. Aber das war das ekligste Tor, was man schießen kann. Die Spiele ist so schlecht. Was? Oh mein Gott. Guck in den Chat. Äh, guck in den... Der Ski-Rindsrichter pfeift einfach ab. Was? Ball kommt in die Mitte. Oh mein Gott. Da ist der Ball drin. Nicht so. Nicht so. Nicht so. Oh mein Gott. Nein. Nicht so. Mann, ey. Wieso kassier ich so, Mann? Wieso kassier ich so? Ja, bitte, 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 bitte. Mach, mach, ja, oh. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Boah, Junge. So, jetzt bitte. Wir brauchen ein geiles Tor. Klippen. 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 Ey, drück mir so ein Kopfballtor. Am ersten Torsten steht einer und der Torwart steht da. Und der Ball geht durch beide durch. Es ist einfach nur lächerlich. Guck, bitte, skipp nicht, skipp nicht. Guck, guck. Digga. Was ist das? Klipp, bitte, 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 bitte. Ich weiß, drei Sterne Weakfoot, okay. Aber... Bitte. Bitte. Oh mein Gott, ich hab ne Eike gezogen. Oh mein Gott, nein. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ist mir scheißegal, ob es Lehmann ist. Prime Moment, Digga. Prime Moment. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das hat nochmal alles getoppt. Schießt mich an. Kopfball. Zu Adama Traoré. Vorlage. De Jong mit Pass zum Gegner. Hier, guck. De Jong. De Jong mit Pass. Das war nicht das Ding. Wie zoome ich ran? Hier. Guck mal. Er macht Flanke in die Mitte. Wie Jera mit Kopfball zu Adama, ne? De Jong mit Pass zu Simon. Und Simon ins freie Tor. Dieses Gefühl gibt mir dieses Unternehmen. Dass die kein Interesse haben, ein gutes Spiel zu bringen. Die haben nur Interesse daran, ein Spiel zu bringen, welches bestmöglich mit der Züche des Konsumenten spielen kann und der dann aufgrund dessen unheimlich viel Geld in die Spiele einbuttert. Ich sag euch, das Einzige, was das Spiel retten kann, ist einfach Lootboxen zu verbieten. Das ist das Einzige, was die Spiele retten kann. Wenn ein paar große Länder das verbieten. Das ist das Einzige, was die Spiele retten kann. Das ist das Einzige, was die Spiele retten kann. Ich habe auf die Spiele geteilt. Das ist das ein Einzige, was die Spiele retten kann. Bis zum nächsten Mal.